Musik 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 Vielleicht möchten Sie sich nochmal genauer angucken, wer hier sitzt. Musik Vielleicht kennen Sie uns auch noch vom letzten Mal. Könnten Sie das bitte nochmal wiederholen? Also ich denke mal, dass Sie verantwortlich sind für diese Ausschläge. Musik Zum zweiten Mal führte uns der Weg zum in das Sachsen-Anhalt gelegene Schloss Blankenburg. Diesmal wurden wir von einem Kamerateam vom MDR begleitet, welches unsere Arbeit verfolgte. Auch eine Gastermittlerin und gleichzeitig Moderatorin soll uns diesmal zur Hand geben. Musik 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 Bereits im Mai 2017 waren wir hier im Schloss Blankenburg bereits unterwegs. Und jeder konnte schon seine eigenen Eindrücke hier von diesem Objekt gewinnen. Einige bereits bekannte Bereiche möchten wir heute nochmal besuchen. Die Sache war es zu berichten, dass Magdalena von Stolberg bei einem Brand in diesem Schloss ums Leben kam. Sie war damals hochschwanger. Musik Seitdem wird von einer weißen Frau berichtet, die im Schloss und um das Haus war. Und das Schloss herum mehrfach von Personen gesehen wurde. Bei unserer Untersuchung haben wir damals auch schon Bekanntschaft gemacht mit einer vielleicht ja weiblichen Energie. Und sind natürlich sehr gespannt, was dann dieses Mal herauskommen wird. Aber auch andere Ebenen in dem Schloss wollen noch angeschaut werden. Jetzt waren wir heute von einem Kamerateam. Wir sind sehr gespannt, welche Erfahrungen wir heute machen dürfen. Musik Musik Das war's. 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 Das war's.